Hey, diese Minecraft-Transition, die du jetzt zum Intro gesehen hast, die kannst du kostenlos runterladen. Unter diesem Video ist ein Link, wo du auch noch mehr meiner kostenlosen Presets für DaVinci Resolve findest. Ja, und ich muss schon sagen, diese Transition ist ganz schön blocky, also quadratisch, aber nicht so verpixelt wie meine Brille. Oh mein Gott, der Joke wird eisig. Wie kannst du das Ding installieren, diese Transition? Und zwar machst du folgendes. In dem SIP-File sind zwei Dinge. Einmal die Minecraft-Intro und die Minecraft-Transition. Das Minecraft-Intro ist eine RAW-Datei, also ein Node-Tree sozusagen. Und da kannst du ganz einfach in Fusion reingehen, in eine Fusion-Composition, die aufmachen und dann hier das File reinziehen. Und schon hast du quasi einen Node-Tree, der dir quasi zeigt, was das Ganze hier so macht. Und dann hast du noch das Makro und dieses Makro, das speicherst du in einen ganz bestimmten Ordner. Und dann hast du quasi die Möglichkeit, einfach aus deinen Video-Transitions des Minecraft-Ding hier so drauf zu hauen. Und sobald du das dann drauf ziehst, hast du die Möglichkeit, ganz einfach das Ding abzuspielen. Und diese Transition funktioniert halt immer da mit dem Footage, das du drin hast. Und das Schöne ist, du kannst sogar, wenn du hier auf die Transition klickst, kannst du sogar bestimmen, wo das Loch am Ende sein soll. Und bam! Schon hast du eine schöne Transition für deine Videos. Okay, aber wo musst du das jetzt hinspeichern? Um den Node-Tree zu finden, ist es ganz einfach. Du gehst unter Fusion und jetzt hast du hier unter Effect-Library die Möglichkeit zu navigieren. Du möchtest zu Edit-Templates, Transitions und dann möchtest du hier auf die drei Punkte gehen, Show-Folder, bam! Und in diesen Ordner, der sich da aufmacht, möchtest du die Minecraft-Transition reinziehen, also reinkopieren. Und beim nächsten Mal aufmachen von DaVinci Resolve hast du das dann in deiner Timeline. Und falls du noch mehr gratis Transitionen willst, dann guck doch mal auf meiner Webseite. Da hast du zum Beispiel zehn Gratis-Transitions und vor allen Dingen ein ganzes Transitions-Pack, was du dir kaufen kannst. Und jetzt, da du den Ordner weißt, weißt du auch, wo du sie hinspeichern musst. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao!